Herzlich willkommen bei PharmaLogisch. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Ich möchte heute gerne erklären, was man unter Osmose versteht. Die Osmose ist ein physikalisches Prinzip und das ist wichtig für verschiedene pharmazeutische Wirkstoffgruppen. Akut geht es mir hier gerade um die Diuretika, aber auch bei den Laxantien, also bei den Abführmitteln oder bei bestimmten Nasensprays spielt Osmose eine wichtige Rolle. Also dranbleiben, gleich geht's los. Fangen wir mal damit an, uns einen Tee zu kochen. Ihr kennt das alle, wenn man heißes Wasser über einen Teebeutel gießt, dann wird aus dem Teebeutel der Tee rausgelöst und er verteilt sich gleichmäßig in der Tasse. Wenn man jetzt so wie in meiner Skizze noch eine durchsichtige Glastasse nimmt und dann auch noch einen roten Früchttee, dann kann man das besonders gut beobachten. Die rote Farbe verteilt sich gleichmäßig in der ganzen Tee-Tasse. Nach einer gewissen Zeit wird es keine Stellen mehr geben, wo mehr rote Farbe ist und es wird auch keine Stellen mehr geben, wo überhaupt keine rote Farbe angekommen ist. Das ist uns allen klar, das haben wir alle schon mal gemacht. Wenn man zwei Flüssigkeiten zusammenkippt, dann braucht es einen Moment, aber am Schluss habe ich ein gleichmäßiges Gemisch überall in meinem Glas oder in meiner Tasse. Ich werde es nicht schaffen, zwei Flüssigkeiten zu trennen. Vorausgesetzt, es sind beides wässrige Lösungen. Also wir fangen jetzt nicht mit Öl- und Wasserschicht an, sondern wir gehen davon aus, es ist alles wässrig und ineinander löslich. So, wenn ich jetzt aber ein anderes Gefäß nehme, ich habe euch hier mal so eine Art Erdmaierkolben hingemalt und in der Mitte eine Trennschicht einfüge, dann sieht die Situation ganz anders aus. Ich kann jetzt da auch wieder Wasser einfüllen und dann nur auf einer Seite dieser Trennschicht ein paar Teilchen einstreuen. Das können verschiedenste Dinge sein, das kann Kochsalz sein, das kann Zucker sein, das können irgendwelche anderen Elektrolyte sein. Völlig egal, wir merken uns einfach nur, ich kippe da noch irgendwas zusätzliches rein. So, jetzt stellt diese Flüssigkeit wieder fest, sie würde sich eigentlich gerne vermischen. Sie würde gerne dafür sorgen, dass an jeder Stelle in der Flüssigkeit die gleiche Konzentration ist. Das geht aber wegen dieser Trennwand nicht. Diese Trennwand ist zwar so ein bisschen durchlässig, aber sie lässt nicht alles durch. Sie lässt nämlich im konkreten Fall Wasser durch, aber keine Teilchen. Aus diesem Grund nennt man diese Trennwand semipermeable Membran. Das heißt also teildurchlässig. Wasser kann durch, Teilchen nicht. So, schauen wir uns die Situation an. Rechts und links habe ich Wasser, nur auf der rechten Seite habe ich Teilchen. Die Teilchen würden sich eigentlich gerne auf der linken Seite mitverteilen, damit überall die gleiche Konzentration ist. Das geht aber nicht, weil diese blöde Membran dazwischen ist. Alternativ geht nur Plan B, nämlich von der linken Seite strömt Wasser nach rechts, um dort die Konzentration möglichst weit zu verdünnen. Wenn ich links natürlich gar kein Teilchen habe, dann werde ich nie eine gleichmäßige Konzentration erreichen, selbst wenn ich das komplette Wasser auf die rechte Seite ziehe. Aber wenn man das realistisch im Körper betrachtet, dann wird es immer so ausschauen, dass auf beiden Seiten Teilchen sind. Die Frage ist nur, wie ist die Konzentration? Auf der einen Seite sind es ein paar weniger, auf der anderen Seite sind es ein paar mehr. Und durch Wasser hin und her strömen, kann ich dann schon die Konzentration ausgleichen. Ich habe euch ja extra verschieden große und verschieden farbige Punkte hingemalt, um zu verdeutlichen, es ist völlig egal, was das für Teilchen sind. Für die Osmose ist nur die Anzahl der Teilchen wichtig. Also ob ich da jetzt Natriumionen habe oder Chloridionen oder Glucosemoleküle, völlig egal. Wir müssen einfach nur zählen, wie viel davon ist da, um den sogenannten osmotischen Druck zu bestimmen. So, jetzt taugt dieser Erlenmeyer-Kolben natürlich nur, um im Experiment das Prinzip deutlich zu machen. Was hat das jetzt mit unserem Körper zu tun? Wir haben in unserem Körper an ganz vielen Stellen semipermeable Membranen. Ich habe euch das schon mal im Video zu den Nasensprays oder zu der Nasenspüllösung erklärt. Da ging es darum, ob es wichtig ist, eine 0,9%ige Kochsalzlösung zu verwenden, beziehungsweise was passiert, wenn ich eine höher oder eine niedriger konzentrierte Lösung verwende. Ich verlinke euch das entsprechende Video nochmal, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Osmose ist aber auch an anderer Stelle spannend. Bei Abführmitteln zum Beispiel. Wenn ich irgendwelche Teilchen in den Darm einbringe, die der Körper nicht durch die Darmschleimhaut resubieren kann, dann bleibt ihm im Gegenzug nur, Wasser in den Darm einströmen zu lassen und somit das Konzentrationsgleichgewicht herzustellen. Und das ist bei Abführmitteln ja was, was ich haben will. Ich will ja das Stuhlvolumen erhöhen, damit der Defekationsreiz im Darm ausgelöst wird. Also ich will, dass da einfach die Rezeptoren gedehnt werden und derjenige dadurch merkt, ich sollte mal zur Toilette gehen. Und das Prinzip kann ich eben auch bei den Diuretika brauchen. Ich habe euch im letzten Video erklärt, was ein Nephron ist und dass es da einen ganz langen Tubulus gibt. Und da könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, wenn in diesem Tubulus ganz viele Teilchen auftauchen, die aus diesem Tubulus nicht mehr rauskommen. Warum auch immer, erkläre ich euch nächste Woche. Aber stellt euch einfach mal vor, ich habe im Tubulus plötzlich ganz viele Teilchen. Dann hat der Körper auch nur die Möglichkeit, Wasser in den Tubulus einströmen zu lassen, um die Konzentration auszugleichen. Und das ist genau das, was ich mit Diuretika erreichen will. Es trömt mehr Wasser aus, es wird mehr Wasser aus dem Körper ausgeschieden, die Harnmenge wird erhöht. Und wie genau die Diuretika das machen, dass die Teilchenzahl im Tubulus ansteigt, das erkläre ich euch jetzt wirklich nächste Woche. Bis dann, ich freue mich, dass ihr bisher mit dabei wart. Ich halte dir.